Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um die Ausgaben in der zweiten und dritten Woche im Juli. Ich hoffe, ihr freut euch drauf zu sehen, für was ich so meine Ausgaben hatte, wo ich Ausgaben hatte, wo ich auch Einnahmen hatte. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt ganz gerne dran. Und es gibt auch schon für euch die kostenlose Sparchallenge für den nächsten Monat, für übernächsten Monat, wann auch immer. Wie ihr da dran kommt, das sage ich euch natürlich im Laufe des Videos. Aber als allererstes würde ich einmal sagen, wir schauen uns mal die Ausgaben an, die ich hatte. Und das sind jetzt die zweite und dritte Woche, weil es insgesamt gar nicht so viele Ausgaben waren und eine Woche dann einfach zu wenig gewesen wäre. So, dass dann nur noch eine Woche für den Juli übrig bleibt und die kommt im Anschluss dieses Videos. Also, das wird dann das nächste Video sein. Aber als erstes schauen wir uns natürlich die Ausgaben an, die wir jetzt in der Woche hatten. Bei der Mittagspause hatte ich die erste Woche und die zweite Woche sehr, sehr hohe Ausgaben. Also eigentlich in der ersten Woche, denn wir hatten ja das Stadtfest bei uns hier in der Stadt. Und da machen wir dann, das ist so eine Tradition, dass wir quasi einmal zusammen Mittagessen gehen. Und das waren insgesamt 25 Euro. 25 Euro. Insgesamt hatte ich da ja 50, sodass dann noch 25 Euro übrig geblieben wären. Aber wären, denn ich habe dann auf dem Rückweg beim Stadtfest noch ein Bubble Tea geholt. Hätte ich jetzt auch bei Restaurant rausnehmen können, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil es noch in meiner Mittagspause war, das aus diesem Bereich hier zu nehmen. Und der hat 7 Euro gekostet, sodass dann noch 18 Euro im Umschlag sein sollten. Und das können wir auch einmal schnell nachschauen, ob das stimmt. Und genau, hier haben wir 18 Euro. Das passt alles. Weiter geht's zu Restaurant. Da waren wir noch einmal bei Subway. Ich habe übrigens meinen Mann drauf angesprochen mit dem Restaurantbudget, was ich euch auch schon mal erzählt hatte, dass wir sagen, okay, wir nehmen hier unten bei dem Paarbudget auch noch das Restaurantbudget auf. Und das fanden wir gut oder das fand er auch gut. Und deswegen wollen wir das einfach mal nächsten Monat probieren. Und ich bin schon richtig gespannt, weil das meiste Geld, was ich hier ausgebe, ist einfach mit meinem Mann zusammen. Und wir hatten das jetzt die letzten Male immer so gemacht, dass wir Schnick, Schnack, Schnuck gemacht haben, um jeweils 10 Euro. Also wenn es jetzt zum Beispiel 30 Euro gekostet hat, haben wir immer für 10 Euro Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Das hat irgendwie immer Spaß gemacht. Sonst haben wir uns ja immer abgewechselt, mal eher, mal ich, mal eher, mal ich. Also immer so im Wechsel. Aber mit dem Schnick, Schnack, Schnuck ist es dann irgendwie doch noch mal immer interessanter gewesen. Und richtig witzig auch. Ich war immer richtig schlecht eigentlich im Schnick, Schnack, Schnuck. Aber mittlerweile bin ich richtig gut geworden. Ja, dann waren wir einmal bei Subway. Und da habe ich dann durch meinen Schnick, Schnack, Schnuck nur 10 Euro bezahlen müssen. So, sodass da noch 40 Euro drin sein sollten. Und das war auch tatsächlich alles an Ausgaben im Restaurant. Also richtig gut für mich jetzt mittlerweile. Sodass jetzt hier noch 40 Euro drin sein sollten. Das stimmt auch auf jeden Fall. Wir werden aber hier noch mal das eintragen müssen. Dann gehen wir weiter zu Auto. Nee, Beauty hatten wir keine Ausgabe. Da bin ich jetzt demnächst wieder dran. Da freue ich mich schon drauf. Meine Nebel sind so doll rausgewachsen. Drogerie hatten wir auch keine Ausgabe. In meinem Bereich, also hier drüben. Aber wir hatten gemeinsame Ausgaben noch. Und zwar war das, ich glaube, Klopapier und sowas. Ich schreibe mal DM hin. Ist ja auch nicht so wichtig. Nein, ich weiß wieder, was es war. Wenn nicht es war, dann schreibe ich es lieber hin. Und zwar waren das für unseren Geschirrspüler, also Tabs. Geschirrtabs. Und das waren 7,38 Euro. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wie viel wir noch in Drogerie hatten. Wir hatten 12,54 Euro, haben jeder 10 Euro reingepackt. Ich gucke mal, ob ich das auch so eingeplant hatte. Ein paar Budget, 150 davon sind für das Essen und 10 davon ist für die Drogerie. Das heißt, wir hatten wieder 32,54 Euro im Umschlag, beziehungsweise auf dem Konto. Nachdem wir das jetzt ausgegeben haben, sind es dann nur noch 25,16 Euro. Also noch völlig ausreichend. Dann geht es weiter. Hier haben wir jetzt die Drogerie. Zu den Lebensmitteln kommen wir gleich noch. Dann haben wir die Katzen. Die Katzen haben endlich eine Ausgabe gehabt. Und zwar habe ich denen bei den, wie heißt es denn nochmal, den Prime Days. Genau, bei den Prime Days einmal einen Mülleimer geholt, der so geruchsverschließend ist. Das heißt Litty Cat. Und dann dazu, da war nämlich nur eine Patrone quasi drin, nochmal Nachfüllkassetten. Der Mülleimer hat gekostet etwas mehr, so 25 Euro. Ich blende ihn euch hier mal ein. Und der ist jetzt auf jeden Fall schon ein paar Tage in Gebrauch. Und ich muss sagen, ich will den nicht mehr missen. Ich hatte den früher auch mal, aber da war der gerade neu rausgekommen. Also wirklich schon vor ganz, ganz vielen Jahren. Und da hatte ich auch, ich glaube, ich war sogar noch Azubi. Und mir waren einfach die Mülltüten tatsächlich zu teuer. Und deswegen habe ich das dann einfach gelassen. Und jetzt habe ich das bei meiner Mama wieder gesehen, dass sie sich das beschafft hat. Und als ich auf die Katzen aufgepasst habe und die gesittet habe sozusagen. Und da habe ich mich wieder voll verliebt in dieses Ding. Und habe gedacht, okay, wir brauchen das. Und dann war es halt zu der Zeit auch noch ein bisschen reduziert. Ich kann die euch unten gerne verlinken, falls ihr da auch Interesse dran habt. Die sind wirklich, also ich kann es nur noch empfehlen. Diese Nachfüllsets gibt es wohl auch günstig bei Shein und so weiter und so fort. Ich habe aber jetzt einfach, ja, das Pamazon einfach geholt. Und mich auf den anderen Seiten noch nicht umgeschaut. Das sind 25 Euro. Genau, bei den Katzen hatten wir 25 Euro drin. Äh, nee. 80 Euro drin. Mal schnell den Taschenrechner. Und zwar 80 minus die 25 sind 55. Und die Nachfüllkassetten, entweder waren es 6 oder 8, auch die kann ich euch unten mal verlinken, haben 35 Euro gekostet. Also 34,95. Aber ich runde das ja immer auf, sodass wir jetzt noch 20 Euro im Umschlag haben sollten. Weitere Ausgaben habe ich bei den Katzen noch nicht gehabt. So, nehmen wir das dann mal raus. Schreiben wir mal Mülleimer, Kassetten, äh, nee, Mülleimer erstmal nur. 55, Nachfüll, 35, sind 20 Euro. Und 20 Euro sind auch tatsächlich noch drin. Dann kommen wir zum Auto. Auch da hatte ich eine Ausgabe. Mein Auto ist endlich wieder ein bisschen getankt, betankt worden. Und zwar, ähm, ja, mein Twingo wurde getankt. Oder, ja, mein Mann tankt das meistens immer. Ähm, und das Ganze hat gekostet 63 Euro. Also, er tankt es, aber ich bezahle das. 100 Euro hatten wir drin. Und, das heißt, 37 Euro sollten hier jetzt im Umschlag sein. 30, 35, warum ist das so angemalt? Das, was zu bedeuten? Warum steht hier immer WA und bei dem umkreiselten PA? Ist das kein echter? Leute, jetzt habe ich aber Schiss. Ah, nee, doch nicht. Okay. Bei dem anderen steht auch PA drauf. Keine Ahnung, fand sich irgendwer vielleicht lustig, hat das angemalt. Das sind 37 Euro. Äh, nee, 37 Euro haben wir noch. Und 63 waren es. Dann geht es weiter zu Freizeit. Da hatte ich keine Ausgabe. Aber bei Luxus hatte ich endlich mal wieder eine Ausgabe. Ich habe irgendwie, glaube ich, schon lange keine mehr gehabt. Und das kann ich euch auch direkt zeigen. Das habe ich nämlich hier noch liegen. Und zwar habe ich mir solche Kopfhörer geholt. Also, ich liebe schwimmen. Also, wirklich, ne? Ich finde das gut, weil man schwitzt einfach nicht. Es ist trotzdem natürlich anstrengend. Aber, ja, ich hasse einfach im Fitnessstudio dieses Schwitzen. Dann ist einem so warm. Und ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Aber ich mag es einfach nicht. Und schwimmen liebe ich einfach. Weil man merkt, man hat was getan. Aber man ist irgendwie nicht so schwitzig. Das Einzige, was mich so richtig stört am Schwimmen ist, dass ich das super langweilig finde, 45 Minuten bis eine Stunde da rumzuschwimmen. Und habe mich dann, als jetzt die Prime Days waren, mal drangesetzt. Ich wusste nicht, dass es Kopfhörer gibt fürs Schwimmen. Das hier sollen wo welche sein. Ich muss die unbedingt mal ausprobieren, ob das auch alles so funktioniert. Dass diese mit Bluetooth, wenn ich das jetzt richtig hier alles durchgelesen habe, ich muss ja mein Mann mal fragen, ob er mir das einrichtet. Und ob das überhaupt das Richtige ist. Weil ansonsten muss ich da einfach mal gucken. Ich sehe gerade, hier steht, dass das nicht unter Wasser mit Bluetooth geht. Aber wir können MP3-Modus. Okay, vielleicht kann ich dann meine Musik drauf spielen. Das würde ja auch schon ausreichend sein. Oder irgendwas anderes. Einen Podcast oder so, dass ich hier drauf spielen könnte. Als MP3. Ja, aber wir probieren es einfach mal. Und das Coole ist ja, dass man sich das nicht ins Ohr steckt, sondern, ich weiß nicht, man sieht das hier so, das geht über die Knochen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wenn ja, berichtigt mich gerne unten in den Kommentaren. Das sieht richtig lustig aus. Und obwohl ich so einen Riesenschädel habe, passt es mir. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist dann hier so ein Ding. Das macht man sich so drum. Und das geht halt nicht in die Ohren, sondern auf den Knochen vor dem Ohr. Ja, ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt, ob ich das mag. Ob ich damit klarkomme. Wenn nicht, dann gucke ich mal, ob ich das noch zurückschicken kann. und muss mir noch mal was anderes suchen. Aber ich hoffe einfach, dass ich dadurch das Schwimmen einfach noch lieber mag, weil es wirklich immer öde ist. Und ich mag es nicht, also weder beim Sport noch beim Schwimmen mit anderen Leuten schwimmen zu gehen, um mich dann zu unterhalten, weil ich mir dann immer so denke, also weil mich das, ach, weiß ich nicht, ich habe da lieber meine Ruhe und höre dann lieber irgendwas. Ja, deswegen ist das tatsächlich auch keine Option für mich, zumindest nicht auf Dauer. Also wenn man mal so zusammen schwimmen geht. Und diese Brille hat insgesamt 60 Euro, äh, Brille, die Kopfhörer haben 60 Euro gekostet. Und, ähm, ja, wir können seit langem mal wieder was bei Luxus eintragen. Ähm, 60 Euro. Bei Luxus hatten wir, glaube ich, 100 dran. Genau, das heißt, 40 haben wir noch übrig. Das müssen wir hier auch noch mal eintragen. Ich glaube, rausgenommen hatte ich das schon. Ja, da sind 40 Euro noch. Da habe ich auch extra das kleinste aus dem Back-to-Bank-Umschlag reingepackt, weil das packe ich ja dann nachher beim Monatsabschluss in die Challenges. Ja, und bei ungeplant hatte ich, ähm, keine weitere Ausgabe, da sind noch 10 Euro drin. Was vielleicht noch mal ganz interessant ist, ist, dass wir bei, äh, den Fixkosten noch mal was ändern müssen. Und zwar bei Streaming hatte ich ja jetzt, was habe ich denn da alles reingepackt? Wir müssen das neu ausrechnen, denn ich muss noch mal gucken, irgendwas ist da falsch gelaufen. Also wir haben einmal Netflix für 13 Euro, dann haben wir Netflix für 8 Euro, dann haben wir, ähm, wow, für, ähm, 6, 11 Euro. Und die Bilder habe ich vergessen zu, äh, deabonnieren, das heißt 34 Euro sind das hier nämlich eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die 20 gekommen bin. So, 34. Genau. Und demnach hat sich dann natürlich auch das gesamte Fixkosten-Ding da geändert. Das rechnen wir einmal aus. Das sind dann 881 Euro. Und das war es tatsächlich mit allen Ausgaben, die ich hatte in den beiden Wochen. Nein, wir müssen natürlich noch die, äh, Lebensmittel machen. Und zwar haben wir da einmal HelloFresh gehabt für 15 Euro. Da gibt es übrigens auch noch ein Angebot, das verlinke ich euch gerne einmal unten in der Infobox. Da könnt ihr euch drüber anmelden. Dann bekommt ihr die erste Box nämlich gratis und müsst nur den Versand von 2,99 Euro oder 5,99 Euro bezahlen. Ähm, genau, 260 Euro. Dann hatten wir noch einmal Too Good To Go gemacht für 5 Euro. Das sind dann 255. Und die zweite plus dritte Woche waren 102 Euro. Also 255 minus die 102 ergibt 135 Euro, die wir jetzt noch im Umschlag beziehungsweise auf dem Konto bei Vivit haben. Das waren alle Ausgaben. Einnahmen hatte ich tatsächlich diese beiden Wochen überhaupt keine. Also auch kein, ähm, Atapol oder ähnliches. Eine Sache fällt mir gerade ein. Hatten wir noch an Ausgaben. Und zwar bei Spapa habe ich so einen Wurstbehälter geholt. Wurst-Käse-Behälter. Und zwar hat der gekostet 18,90 Euro. Ich kann ihn euch hier auch gerne einblenden. Und wenn ihr Interesse daran habt, also ich finde ihn mega gut, dann kann ich den euch auch gerne unten einmal verlinken. Bei Spapa hatten wir drin 779,01 Euro minus dann die 18,90 Euro sind 760,11 Euro. Das war jetzt aber tatsächlich alles, was wir an Ausgaben hatten. Und jetzt kommen wir zu den Spar-Challenges. Hier haben wir einmal die Juli-Spar-Challenge. Und hier trage ich jetzt einmal die, ähm, die Gradzahlen ein. Waren auch wieder, äh, die Höchsttemperatur 24, äh, Grad. Danach 31, also 3 Euro. Dann 26, 25, 24, 19, 23, 26, 25, 22, 26, 19, 20, 21, genau. Das sind die Beträge, die ich dann täglich spare. Ihr seht das gar nicht so richtig. Und nachher zähle ich alle Beträge zusammen. Also ich mache das so, wenn es 19 Grad sind, habe ich 1 Euro, wenn es 22 Grad sind, habe ich 2 Euro. Also immer die Zahl, die vorne steht, beim 10er, ähm, die spare ich dann nachher. Das Geld kommt aber erst zum Monatsabschluss hier raus. und dann kommen wir noch mal zur Jahresspar-Challenge. Da möchte ich gerne jetzt einmal 30 Euro sparen. Ich weiß, wir sind jetzt nicht bei Woche 24, aber wenn ich mal ein bisschen mehr Geld noch zur Verfügung habe, vielleicht Weihnachtsgeld, dann spare ich ein paar mehr Wochen einfach. genau, jetzt haben wir hier die 24 und packen die 30 Euro da rein. und, ähm, ja, nächste Woche packen wir dann noch mehr Geld hier rein. Das war dann auch diese Spar-Challenge. Die findet ihr übrigens auch in meinem Shop. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und, ähm, ja, dann könnt ihr da mal ein bisschen rumstöbern. Wenn wir jetzt schon mal in den Spar-Challenges sind, es gibt wieder eine kostenlose Vorlage für euch, und zwar die 30-Tage-Habit-Tracker-Challenge. Die verlinke ich euch einmal unten. Die ist passend zu dem Budget für den Monat, äh, zu dem Budgetkalender für den Monat August. Also, optisch passt sie sehr, sehr gut. Das heißt, ihr könnt die eventuell auch in euren Budgetplaner mit integrieren und abhaken, abstreichen, je nachdem, wie ihr das gerne wollt. Oder natürlich so oft, wie ihr wollt, ausdrucken und dann, ähm, ja, immer mal wieder verwenden. Ganz normal im, ähm, Spar-Challenge-Spender. So, jetzt kommen wir nämlich hier zum normalen Spar-Challenge-Spender. Hier haben wir einmal die Monats-Challenge. Und, ähm, hier geht's da drum, täglich eine Portion Obst zu essen. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen was geschafft. Jetzt suche ich nur die richtige Farbe. Nee, das ist es nicht. Das hier wird es sein. Und, ähm, für jeden Tag, an dem ich eine Portion Obst gegessen habe, das heißt, eine Hand voll, besser wäre natürlich noch mehr, ähm, kann ich jetzt aber ein Dings ausmalen. So, dann nachher ziehe ich die alle zusammen und spare den Betrag. Das mache ich aber auch erst am Monatsende. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Da machen wir noch drei Bananen. Ich habe tatsächlich an zwei Tagen gar kein Obst gegessen. So. Das war es dann auch hiermit. Das packen wir dann ja erst am Ende des Monats dann das Geld dazu. Bei der 26-Wochen-Challenge wollte ich gerne heute auch was reinpacken und zwar die 25 Euro. Oh, es habe ich... Ach so, ja, genau. 21.05. 25, das heißt 68, 88 Euro. 25 Euro. Gebenfalls können wir jetzt hier nämlich mal ein bisschen Kleingeld rauspacken. 15 Euro. Das sind jetzt 10. Eins, zwei, drei. So. Das müsste dann noch übrig bleiben. Hier haben wir noch einen Euro. Machen wir so. Das bleibt drin. Die 40 kommen rein. Und 15 Euro habe ich jetzt an Kleingeld rausgenommen. Dann kommen wir dann kommen wir zur Geldwäsche-Challenge. Da können wir insgesamt drei Stück ausmalen. Äh, drei Stück pro Woche waren das nämlich. Upsi. Also sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir hier 61 Euro. Und natürlich die sechs Euro, die wir hier reintun. bei der Money Street, das will ich noch einmal machen. Und dann war es das auch für diese Woche. Da würfeln wir auch zweimal, weil wir ja zwei Wochen hatten. Einmal die fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Spare 11 Euro. Und die zwei entscheide selbst. 11 Euro. Dann machen wir 15 Euro. Dann ist das eine glatte Summe. 21.07. 15 Euro. Das rechnen wir lieber mal aus. 15 plus 97, 112. Die 15 Euro wandern einmal hier rein bei Money Street. Und dann war es das. Jetzt müssen wir noch mal alles zusammenrechnen, wie viel Geld wir insgesamt in die Umschläge gepackt haben bei den Sparchallenges. Also einmal waren es 15 Euro. Hier waren es sechs. Das war von heute, ne? Ah ja, das waren 25. Da noch nichts. Dann haben wir in dem großen Bein da, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Wie viel waren es da? Ne, 30 Euro, ne? Genau, 30 Euro. Und das war es. Ist ja auch schon wieder richtig viel dann zusammengekommen. Das sind dann 76 Euro. Das war es mit dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne. Ein Däumchen nach oben da. Kommentiert. Wenn ihr euch auch über die Sparchallenge, wenn sie euch gefällt, dann nutzt sie auch gerne. Und verlinkt mich auf Instagram und TikTok drauf, wenn ihr die verwendet. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.